Unser heutiges Thema ist der Heilige Geist. Wie viele wissen, habe ich auf dem Fuller Theological Seminary studiert. Dieses Seminar ist reformiert geprägt und eher protestantisch-evangelikal. Zuvor war ich aber auch auf einer anderen Schule, der Oral Roberts University. Am Anfang, als ich das erste Mal von der Oral Roberts Universität gehört habe, dachte ich, es wäre eine Schule für Zahnärzte. Ich hatte keine Ahnung, wer Oral Roberts war, bis ich anfing, dort zu studieren. Dort hörte ich einen Witz über drei berühmte Pastoren, die in die Hölle kamen. Einer davon war mein Großvater, der andere Oral Roberts, also hatte ich eine Art Bezug zu ihm. Ich kann diesen Witz nicht erzählen. Na gut, also er geht so. Nein, nein, Don sagt Nein, das akzeptiere ich. Die Pointe ist jedenfalls, dass der Teufel zu Gott sagt, du musst Robert Schuller hier rausholen. Er sammelt schon Geld für eine Klimaanlage. Ich stand jedenfalls vor der Wahl zwischen allen möglichen Universitäten, von Point Loma bis Harvard. Ich musste zwischen sehr vielen Universitäten wählen. Und ich habe mich aus einem Grund für die Oral Roberts entschieden. Die Anbetung und der Charakter der Studenten und die Art, wie sich diese beiden Aspekte verbunden haben. Mir war klar, wenn ich auf diese Universität gehe, werde ich so wie die Leute, die dort auch studiert haben. Als ich damals ein paar Jahre in Oklahoma gelebt habe, bin ich mit meiner Schwester in die Gottesdienste der Oral Roberts Universität gegangen. Sie fingen um 19 Uhr an und dauerten vier oder fünf Stunden ohne Unterbrechung. Wir beteten bis zwei Uhr morgens. Man konnte kommen und gehen, wie man wollte, aber es fühlte sich immer so an, als wären gerade zehn Minuten vergangen. Ich war völlig erfrischt, erneuert und aufgebaut. Daraus entstand dann ein eigenes Musikteam. Ich war ein Teil davon und ein paar bekannte Musiker. Cary Joby, Glenn Packham, Jared und andere Musiker im Team schrieben neue Lieder, so wie David die Psalmen geschrieben hat. Es gab neue Gebete und auch alte Lieder. Das Ganze lief in der klassischen Pfingstle-Manier ab, ohne Struktur. Natürlich gab es einen Ablauf, aber keiner konnte sagen, ob wir auch dabei bleiben würden. Ich meine nicht, dass wir als Kirche so werden sollten. Das ist nicht, wofür ich hier einstehe. Ich sage nur, das war ein Ort, an dem eine echte Offenheit für den Heiligen Geist herrschte. Die Studenten, ich eingeschlossen, erlebten, wie dieser Hunger und Durst nach dem Heiligen Geist einige der fruchtbarsten Christen hervorgebracht hat, die ich je gesehen habe. Ich bemerkte, dass es dabei nicht darum ging, ob man Pfingstler, Charismatiker, Pietist, Reformiert, Baptist oder was auch immer ist. Egal, zu welcher Konfession man gehört, ob man katholisch oder evangelisch ist, jeder braucht den Heiligen Geist. Jeder braucht den Heiligen Geist. Ich sehne mich nach den Tagen, wo eine Gemeinde fünf Stunden lang betet und sich danach fühlt, als wären es nur zehn Minuten gewesen. Nicht, dass man mit dem Gefühl nach Hause geht, sich gerade nur an einer Art Ausstellung beteiligt zu haben, sondern man wirklich erfrischt, erneuert und aufgebaut wird. Ich sehne mich nach einem Geist der Erweckung. Ich sehne mich danach, dass wir als Kirche an den Punkt kommen, wo wir aufhören, darüber zu reden, was Gott in der Vergangenheit für tolle Sachen gemacht hat. Von den Wundern, die wir mal erlebt haben, und all den Durchbrüchen, an denen wir mal beteiligt waren. Ich will kein Ach-ja-damals mehr. Deshalb reden wir jetzt über den Heiligen Geist. Einverstanden? Ich verspreche, ich werde niemand zur Zungenrede zwingen. Machen Sie sich also keine Sorgen. In Ordnung? Wir beginnen bei Christi Himmelfahrt. Wenn Sie eine Bibel haben, lesen Sie mit. Apostelgeschichte 1, Vers 1. Man kann den Heiligen Geist nicht verstehen, wenn man die Himmelfahrt von Jesus nicht verstanden hat. Viele verstehen die Kreuzigung und die Auferstehung, aber wir begreifen nicht, welche Schlüsselfunktion Christi Himmelfahrt in der Geschichte hatte. Diese Stelle wurde heute noch nicht gelesen, aber das tun wir jetzt. Ich lese sie Ihnen vor und lese langsam. Die Apostelgeschichte ist übrigens eine Fortsetzung, wussten Sie das? Im Studium nannten wir sie die Lukas-Geschichte. Der Grund dafür ist, weil Lukas zuerst das Lukas-Evangelium geschrieben hat und dann die Apostelgeschichte. Es ist ein Bericht der Taten der Apostel, aber eigentlich ist es eher eine Beschreibung der Taten, die Jesus durch die Apostel getan hat. Am Anfang der Geschichte lesen wir, wie Jesus seinen Dienst in dieser Geschichte fortsetzt, obwohl Jesus gleich am Anfang in den Himmel auffährt. Wir lesen von Anfang an. In meinem ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich dir alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, wo er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er alle durch den Heiligen Geist unterwiesen und gelehrt hatte. Hören Sie, wie oft der Heilige Geist in diesem Abschnitt erwähnt wird. Diesen hat er sich nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Als er bei ihnen war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Er sagte, Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Als sie zusammengekommen waren, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen hinweg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hin auf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Das ist eine Stelle in der Bibel, die für Prediger eine Goldmine ist. Wir sehen hier so viel Symbolik. Das sage ich ständig, ich weiß, aber das hier ist wirklich gut. Es gab diese Zeit zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt Christi, in der Jesus wirklich eigenartig ist. Er fängt an, Dinge zu tun, die er vor der Auferstehung nicht getan hat. Er erscheint und verschwindet. Er ist verborgen und dann auf einmal offenbart er sich. Er geht durch verschlossene Türen. Bei ihm läuft diese eigenartige, engelsgleiche Sache ab, wo er zwischen den, wie Theologen sagen würden, himmlischen Sphären und irdischem Sein wechselt. Hin und her und es ist kein Problem. Wir finden diese Geschichten, wo Jesus immer wieder den Aposteln erscheint und wieder verschwindet. Und das ist wichtig. Er bleibt bei ihnen, ohne dass sie wissen, dass er da ist, dann gibt er sich zu erkennen und verschwindet wieder. Damit bringt er ihnen bei, dass sie eine neue Haltung in der Beziehung zu ihm, Jesus, haben werden. Bis dahin war Jesus wie ein Rabbi gewesen. Sie waren zusammen, aßen gemeinsam, gingen im Wald auf die Toilette, schliefen um das Lagerfeuer herum und erzählten sich Witze. So waren sie drei Jahre zusammen unterwegs. Jesus ist Anfang 30 und ob sie es glauben oder nicht, die Apostel waren gerade mal Anfang 20. Da gibt es also diese Gruppe junger Männer, die mit ihrem Coach oder Mentor oder Rabbi unterwegs waren. Sie haben drei Jahre lang zu diesem Mann aufgesehen und sind an seinen Lippen gehangen. Über diese zwölf Jünger hinaus gibt es noch eine weitere, größere Gruppe, die manchmal die Gruppe der 72 genannt wird. Vielleicht waren es aber auch mehr. Diese, ich hätte fast gesagt, Truppe, diese Gruppe von Menschen folgen Jesus, wohin er auch geht. Das ändert sich jetzt. Jesus ändert es von, wir sind ständig zusammen, in, ihr wisst nie genau, ob ich da bin oder nicht. Es gibt viele dieser Berichte für die Zeit nach der Auferstehung. Einer der bekanntesten Berichte ist der von der Straße nach Emmaus. Zwei junge Männer, Jünger von Jesus, gehen die Straße nach Emmaus. Und dann kommt ein weiterer Wanderer. Sie wissen nicht, wer es ist. Die ganze Zeit redet er mit ihnen über die Bibel, die Tora. Dann brechen sie gemeinsam das Brot. Das ist ein Symbol für das Abendmahl. Dabei werden ihnen die Augen geöffnet und sie erkennen Jesus. Und dann verschwindet er plötzlich. Sie sagen zueinander, hat uns nicht das Herz gebrannt, als er mit uns sprach. Wie konnten wir nicht erkennen, dass es Jesus war? Es passiert wieder in der Geschichte mit den Fischernetzen. Die Jünger Jesu gehen nach der Auferstehung fischen, fangen aber nichts. Da taucht dieser Mann am Ufer auf und sagt ihnen, sie sollen ihre Netze auf der anderen Seite ihres Bootes auswerfen. Sie meinen nur, ja, klar. Aber der Mann sagt, nein, wirklich, werft eure Netze auf der anderen Seite aus. Sie denken, warum sollen wir unsere Netze auf der anderen Seite auswerfen? Schließlich tun sie es doch und natürlich sind ihre Netze berstend voll. Da erkennen sie, dass es Jesus ist. Stimmt's? Auch eine der berühmtesten Geschichten handelt von Maria, die zum Grab geht und nach dem Leichnam Jesu sehen will, ihn aber nicht findet. Sie weint, weil sie glaubt, jemand hätte den Körper ihres Rabbis gestohlen. Und sie ist wütend über diese Bosheit, dass jemand es wagt, den Leichnam eines geliebten Menschen zu rauben. Und als sie mit Tränen in den Augen aufsieht, sieht sie einen Mann und hält ihn für den Gärtner. Der Gärtner sagt, Maria. Und als er das sagt, erkennt sie Jesus. Es gibt sehr viele Berichte, wo Jesus mit Menschen zusammen ist, die ihn aber nicht erkennen. Auf diese Weise lehrt Jesus sie, dass er künftig auf eine andere Art bei ihnen sein wird. Er wird nicht mehr als Mann bei ihnen sein, der einen Stab hält und einen Mantel trägt und mit ihnen umherwandert wie bisher. Es wird eine neue, kraftvollere Weise geben, auf die Jesus mit ihnen lebt und an ihrer Seite ist, wie er sie lehren und trösten wird. Jesus wird allgegenwärtig, indem er selbst die Kirche wird. Das ist eine wichtige theologische Aussage. Jesus wird durch den Heiligen Geist allgegenwärtig, indem er die Kirche wird. Die Jünger wollen aber nicht, dass das geschieht. Erinnern Sie sich, was Maria sagt? Sie streckte die Hand nach Jesus aus. Und was sagt Jesus zu ihr? Maria, fass mich nicht an. Das wäre normalerweise gar kein Problem gewesen. Die Frauen haben Jesus angefasst und umarmt. Aber das hier ist anders. Darin liegt eine tiefere Aussage. Maria, halte mich nicht fest. Halte nicht an meinem Körper in dieser Form fest. Und ich würde vielleicht hinzufügen, weil du zu meinem Leib wirst. Es ist eigenartig, ich weiß, aber ich werde dich gebrauchen, um mein Werk auf dieser Erde fortzusetzen. Und nicht nur dich, sondern jeden, der an mich glaubt und den Heiligen Geist empfängt. Und so bereitet Jesus sie vor. Über diese 40 Tage, in denen er erscheint und verschwindet, lesen wir in Vers 3 der Passage, und als er das tat, lehrte er sie über das Reich Gottes. Jedes Mal, wenn er erscheint, redet er über das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, das Reich Gottes, wieder und wieder und wieder. Und direkt vor seiner Himmelfahrt, welche Frage stellen ihm die Jünger dar? Jesus, stellst du in dieser Zeit das Reich Israel wieder her? Wirst du Gottes Herrschaft in Israel wieder aufrichten? Die Juden lieben Zahlen. Sie haben ein ganzes Buch, das Numeri heißt. Wenn eine Zahl in der Bibel erwähnt wird, besonders im Alten Testament, ist das eine wichtige Sache. Es ist sehr wichtig, dass Jesus zwölf Apostel berufen hat. Wissen Sie warum? Weil die Zahl zwölf für jüdische Männer und Frauen immer verbunden ist mit den zwölf Stämmen Israels. Mit allen Stämmen aus Israel. Abraham, Isaac, Jakob. Jakob hatte zwölf Söhne, und von diesen Söhnen stammen die zwölf Stämme Israels ab, die zu dieser Nation und zu diesem Volk werden. Jesus wählt gezielt zwölf Apostel aus, um sehr klar zu verkünden, dass er Israel wiederherstellen wird und dass er der angekündigte Messias ist. Diese Tatsache haben alle im Sinn, die ihm nachfolgen, weil das Reich Gottes kein Begriff ist, den Jesus geprägt hat. Er findet sich in der ganzen Bibel wieder. Die Sichtweise der Zeitgenossen Jesu war, dass Gott wiederkommt und Israel zu einem Staat ähnlich wie Rom macht. Dass Israel durch militärische Vormacht die weltweite Herrschaft bekommt. Und dass von diesem Thron Güte und Gerechtigkeit ausgehen. Nicht so wie bei dem bösen regierenden Rom, wo Götzendienst und heidnisches Unrecht herrschen. Gott wird das kleine Israel gebrauchen, mit Jerusalem als Hauptstadt, und die ganze Welt würde beherrscht vom Reich Gottes, was eine tatsächliche irdische Regierung wäre. Das war die Sichtweise der Juden. Nicht weit entfernt von dem, was wir heutzutage vom Islam hören. In der Eschatologie des heutigen Islam glauben viele, dass der Islam, zumindest Teile davon, die tatsächliche Herrschaft übernimmt. Sie glauben, dass das Gesetz der Scharia die ganze Welt beherrschen wird und daraus Gerechtigkeit und Recht kommt. Das ist eine typische Denkweise für den Nahen Osten. Die Jünger nehmen an, dass Jesus der König eines tatsächlichen Königreiches sein wird, dass es eine Regierung gibt, eine Streitmacht, eigene Straßen, eine Post, und dass das alles Reich Gottes sein wird. Wir haben es hier mit 20-jährigen Männern zu tun, die Jesus nachfolgen und ganz aus dem Häuschen sind, weil sie die besten Jobs in der Regierung bekommen werden. Sie werden die Generäle, die Bürokraten, die Gouverneure. Sie werden Land und Besitztümer haben und werden gerecht herrschen. Sie werden wie die Ritter der Tafelrunde von König Arthur sein. Sie freuen sich darauf, zum inneren Kreis des Königshofes zu gehören. Als Jesus dann am Kreuz stirbt, verschwindet diese schöne Fantasie und sie denken, das war's. Daraus wird wohl nichts. Diese neue Regierung kommt nicht. Aber als Jesus von den Toten aufersteht und vom Reich Gottes redet, denken sie wieder, es könnte doch passieren. Vielleicht kommt diese neue Regierung doch. Deshalb sagt ihnen Jesus, Nein, nein, das meine ich nicht. Ja, ich werde der König dieses Reiches sein, und ja, es wird die ganze Welt regieren, aber nicht so, wie Rom mit einer eigenen Streit macht. Es wird ein viel größeres und besseres Reich sein. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, wohin ist er da aufgefahren? Wissen Sie es? Zu seinem Thron. Und auch wenn Jesus nicht der König einer Regierung wird, wird Jesus doch der neue König des Universums. Und durch ihn werden alle Nationen und Königreiche geheilt. Wahre Gerechtigkeit wird kommen. Nicht durch Regierungen, sondern durch die Herzen von Männern und Frauen. Dadurch, dass er in den Herzen als König regiert, wird er das ganze Universum verändern und mit seinem Vater versöhnen. Sind das nicht gute Nachrichten? Was Jesus ihnen sagt, ist, dass er auf diesem Thron sitzen wird. Wir gebrauchen im Englischen das Wort Gospel. Das ist ein hübsches Bild. Ich drehe mich gerade zum ersten Mal um. Wirklich nett. Jesus gebraucht das Wort Gospel, ein altes, englisches Wort, das ursprünglich Gott spricht oder Gottes Botschaft bedeutet. Es kommt von dem Wort Euangelion. Euangelion, wobei das Eu gut bedeutet. Euangelion heißt Nachricht. Da steckt auch das Wort Engel drin, weil ein Engel ein Bote Gottes ist. Aus diesem Wort leiten wir Evangelisation ab. Euangelion ist die gute Nachricht. Auch das Wort Evangelium ist keine christliche Erfindung. Wenn eine große Schlacht gewonnen war, wenn der König mitten aus der Anarchie heraus wieder den Thron bestieg, dann zogen Herolde durchs Land und verkündeten das Euangelion, das Evangelium, die gute Nachricht, dass ein neuer König auf dem Thron sitzt und seine Herrschaft kommt, dass man sich bereit machen und seine Sachen in Ordnung bringen sollte, denn der König regiert und es ist besser, sich zu beugen. Das sind die guten Nachrichten. Es sind gute Nachrichten, wenn die Anarchie vorüber ist, dass es jetzt wieder Recht und Ordnung, Güte und Gerechtigkeit gibt, dass dieser König alles in Ordnung bringt. Und so gelangt durch Evangelisation die gute Nachricht in alle Welt. An den finstersten Orten der Welt wird verkündet, dass Jesus auch darüber König ist. Das Evangelium wird verkündet in Judäa, Samaria und bis an die Enden der Welt. Wo das schlimmste Unrecht ist, wo der größte Schmerz ist, wird verkündet, dass Jesus König ist. Alles kommt in Ordnung. Verkündigung, das Ausrufen des Evangeliums ist, dass wir sagen, Jesus ist König. Jesus ist König über meine Ehe. Jesus ist König über meine Gemeinde. Jesus ist König über mein Land. Jesus ist König über Sexsklaverei. Das wird ein Ende haben. Jesus ist König über das schmutzige Wasser in Afrika. Das läuft nicht königlich und wird ein Ende haben. Ich verkündige, dass das das Evangelium ist. Menschen leben getrennt von Gott in stiller Verzweiflung, einsam und gebrochen. Nein, Jesus ist König über dieses Leben, und er wird sie erlösen und befreien. Evangelisation, die Verkündigung der guten Nachricht, ist zu bekennen, dass die Himmelfahrt Christi stattgefunden hat. Wir bekennen, dass Jesus auf dem Thron des Universums sitzt, und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Und so sagt Jesus, bevor ich euch verlasse, und ihr das verkündet, wartet noch. Geht noch nicht. Ihr müsst noch auf die großen Kanonen warten. So nenne ich sie. Die großen Kanonen. Ihr müsst auf die großen Kanonen warten. Ihr müsst auf den Heiligen Geist warten, der euch Dynamos oder Dynamis gibt. Dynamis ist Macht. Davon leitet sich auch Dynamit ab. Es ist eine buchstäblich explosive Kraft, um mein Werk zu tun und mein Recht auszuüben. Die Macht zu glauben, das Reich Gottes kommt, und sein Wille geschieht auf der Erde sowie im Himmel. Amen. Das ist Vollmacht. Wir stehen nicht wie ein Angeber da, sondern sind jemand, der die Wahrheit verkündet und ein Herold des Königs ist, der sagt, hier wird alles anders, und das, weil ich diese großen Kanonen bekommen habe. Ich habe Dynamos empfangen. Mir wurde Macht verliehen. Ich habe den Parakletos in mir. Das Wort Dynamos bedeutet innenwohnende Kraft, die Kraft, Wunder zu tun und die Kraft, ein anständiger Mensch zu sein. Das Richtige zu tun angesichts großer Bosheit. Macht! Jesus gibt dem Heiligen Geist einen Namen. Er nennt ihn Parakletos. Wir gebrauchen dieses Wort häufig. Parakletos ist ein Nomen, um den Heiligen Geist zu beschreiben. Wir denken oft, Heiliger Geist ist das Gleiche, aber viele Gelehrte meinen, dass wenn Jesus diesen Tröster, diesen Anwalt, diesen Beistand erwähnt, er mit dem Wort Parakletos seinen Namen nennt. Die dritte Person der Dreieinigkeit, der Parakletos, ist eine Person. Manche fragen jetzt, ist sie nicht weiblich? Denken Sie nicht den Geschlechtern. An dieser Stelle sind wir geschlechtsneutral. Parakletos stellt sich dazu. Das ist die wörtliche Bedeutung. Parakletos bedeutet zur Seite gestellt, um ein Freund zu sein, ein Helfer, die Kraft zu sein. Und genau das tut der Heilige Geist. Er bevollmächtigt die Herolde des Königreiches Gottes. Die, die an die finsteren Orte gehen, um zu verkünden, dass Jesus König ist. Er ist die Kraft, die Finsternis zu überwinden. Das Dynamit, das gute Dynamit. Und mit dem, was jetzt kommt, will ich wirklich jedem auf die Füße treten. Okay, bereit? Ich will Ihnen eine Frage stellen. Ist die Kirche gegen den Heiligen Geist geimpft? Was meine ich damit? Man kann jemand nur gegen Pocken immunisieren, wenn man eine schwächere, verdünnte Version der Krankheit verabreicht. Gegen Kinderlähmung immunisiert man durch die Injektion von toten Polioerregern. Sodass der Körper Polio abwehrt. Und die einzige Weise, wie man die Kirche gegen den Heiligen Geist impfen kann, ist, eine schwächere, tote Version von Christentum zu injizieren. Sind wir immunisiert? Wurden wir geimpft? Haben wir so viel Zeit über unseren Büchern, in Seminaren und in Kleingruppen zugebracht, dass wir jetzt den Anschein von Frömmigkeit haben, aber ihre Kraft verleugnen? So, dass wir uns offen und klar Christen nennen und doch kraftlos und schwach sind. In allem, was wir machen, unseren Praktiken, den Lebensrhythmus, den wir haben, sehen wir da so aus und reden und handeln wie Leute, die ein Christentum pflegen, ohne dass wir wirklich Christus kennen? Ohne seine Macht zu kennen? Sind wir so geimpft? Machen wir es uns in der Kirche bequem und sind wir Christen ohne die Kraft des Christus? Ich habe zum ersten Mal erlebt, wie der Heilige Geist wirkt, als ich auf Missionsreise in Thailand war. Finsterste, schreckliche geistliche Gebundenheit. Da konnte man nicht Christsein spielen. Wir brauchten den Paraklitos. Wir brauchten den Paraklitos, um dort die Arbeit zu tun, Wunder zu wirken, Ketten zu sprengen. An diesem Ort wurden Kinder in die Sexsklaverei verkauft und Dämonen angebetet. Wir konnten dort nicht so tun, als ob wir Christen wären. Wir brauchten dort wirklich Dynamis. Ich bin besorgt um die Kirche in der westlichen Welt. Ich bin wirklich, wirklich besorgt. Es ist viel zu leicht, hier Christ zu spielen. Es ist zu leicht, gegen den Heiligen Geist geimpft zu werden. Ich weiß nicht, was es heißt, gegen den Heiligen Geist zu lästern, aber ich frage mich oft, ob es nicht genau das ist. Tut mir leid, dass ich so darauf herumreite. Wussten Sie, dass man Jesus nicht mögen kann? Überall, wo Jesus hinkam, war er die polarisierendste Persönlichkeit überhaupt. Die Menschen wollten ihn entweder anbeten oder schrien, kreuzigt ihn. Wohin Jesus auch kam, erspaltete sein Publikum. Sie bezogen Stellung, ohne dass er sie dazu genötigt hätte. Er hatte eine Kraft des Geistes in sich, die die Leute dazu brachte, dass sie sich vor ihm beugen und ihn anbeten wollten, oder sagten, er muss sterben. Man kann Jesus nicht nett finden. Man kann nicht ein bisschen Christ sein. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen seine Kraft. Der Heilige Geist, der Parakletos, die dritte Person der Dreieinigkeit, wohnt in Ihnen, wenn Sie getauft sind. Wenn Sie getauft sind im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, haben Sie den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist tut in unserer Zeit große Dinge. Er wirkt Wunder. Der Heilige Geist heilt nach wie vor Kranke. Er prophezeit immer noch. Der Heilige Geist gibt immer noch Worte der Erkenntnis. Und der Heilige Geist lehrt und gibt Weisung. Der Heilige Geist spricht immer noch zur Kirche. Gestern stand ich in der Schlange in einem Takoladen und unterhielt mich mit einem Mann über die Kirche. Plötzlich wurde er einen Moment still und verschränkte die Arme. Ein junger Mann, vielleicht 21, 22. Und er dreht sich zu mir und meint, weißt du was? Gott will, dass ich dir sage, was auch immer gerade in deiner Familie los ist. Er wird sich darum kümmern und es wird alles in Ordnung kommen. Er sah, als er mir das sagte, wirklich sehr nervös aus. Gott hatte ihm diese Sache aufs Herz gelegt und er war wirklich am Ringen mit Gott, ob er es sagen sollte oder nicht. Ich fragte ihn, oh, weißt du Bescheid? Hat jemand dir was erzählt? Er nur, nein, keine Ahnung, ich weiß nicht, worum es geht. Der Herr hat mir nur gesagt, ich soll dir das sagen. Dann habe ich erfahren, dass dieser junge Mann, falls Sie es nicht wissen, mein Sohn hat Epilepsie und wir kämpfen gerade damit. Mein Sohn hatte gerade wieder einen Anfall nach drei Monaten ohne. Wir sind natürlich deshalb besorgt. Dieser Mann war auch Epileptiker. Als Kind hatte er Epilepsie. Er hatte jeden Tag als Kind einen Anfall. Einen wirklich heftigen Anfall, bis er zwölf war. Dann im Alter von zwölf hörte es auf. Er meinte, ich bin ein lebendiges Zeugnis, dass alles in Ordnung kommt. Gott gebrauchte ein geheiltes, epileptisches Kind, das jetzt ein erfolgreicher junger Mann ist. Er war gehorsam und folgte der Stimme des Heiligen Geistes, um in mein Leben zu sprechen. Der Heilige Geist ist lebendig. Der Parakletos ist am Werk. Sind wir immunisiert? Sind unsere Herzen zu kalt? Werden wir sagen, das brauche ich nicht, ich habe meine Bibel? Werden wir sagen, das brauche ich nicht, ich habe unsere Hymnen und geistlichen Lieder und unseren Sonntagsgottesdienst? Ich brauche den Heiligen Geist nicht, alles ist in Ordnung. Oder sagen wir, es gibt finstere Orte, böse Orte, an die ich gehen will und verkünden will, dass Jesus König ist. Und nicht nur so tun als ob, sondern mit der echten Kraft Gottes seinen Willen zu tun. Mit echter Macht die Toten aufzuerwecken. Mit echter Vollmacht in das Leben von Menschen zu sprechen. Echter Vollmacht mit Autorität zu lehren. Der echten Vollmacht geistliche Erkenntnis zu haben. Echter Vollmacht zu beten und so geistliche Ketten zu lösen. Die Antwort ist Ja. In den nächsten Wochen beschäftigen wir uns näher mit diesem Thema. Amen.